Moin zusammen, wir wollen uns heute die Lagerprinzipien bzw. die Bewertungsprinzipien LIFO, GIFO und FIFO anschauen. Was ist das alles, wofür brauchen wir das und das Ganze habe ich dann am Schluss noch mit einer kleinen Berechnung, die es auch schon mal in der IHK-Klausur ähnlich gab, nochmal dargestellt und ich würde sagen, schnack mal nicht lange, sondern gucken direkt rein. Viel Spaß! Jo, moin Leute, wir wollen uns heute mit den Lagerprinzipien bzw. mit der Bestandsbewertung oder auch mit dem Bewertungsvereinfachungsverfahren auseinandersetzen. Für euch sind drei wichtig für die Prüfungen als auch für die Klausuren. Das ist einmal das LIFO, das Last-In-First-Out, das FIFO, das First-In-First-Out und das HIFO, das High-In-First-Out. Was es da mit Aufsicht hat bzw. wie ihr bestimmte Bestände bewertet hiermit, das will ich euch gleich im Folgenden zeigen und ich würde sagen, wir starten mal los auf den ersten Slide. Ja, bevor wir jetzt mit dem Verfahren anfangen bzw. hier mit dem Last-In-First-Out-Verfahren, wollen wir uns erstmal fragen, warum machen wir den ganzen Kram denn überhaupt? Warum brauchen wir diese Methoden? Und zwar ist es ja so, am Ende des Geschäftsjahres ist ja der Bilanzstichtag, meistens immer der 31.12. angegeben und an diesem 31.12. ist es ja der Job des Unternehmens, des Betriebes. Ja, sein Vorratsvermögen bzw. seine eingelagerten Bestände, die Werte zu ermitteln, das heißt, was hat er am Bilanzstichtag auf Lager liegen, wie viel Wert ist die Ware? So, das ist ja erstmal kein Problem, wir können ja alles zählen und wir können das ja auch dann bewerten mit den Bezugspreisen. Aber das Problem ist ja, wir haben nicht immer die gleichen Bezugspreise, wir kaufen ja beispielsweise nicht immer die gleiche Ware ein zum gleichen Preis, sondern da sind ja ein paar Preisschwankungen drin. So, und das ist das Problem und am Schluss haben wir ja einen Endbestand im Lager liegen, den wir da haben und wir müssen uns dann überlegen, alles klar, ja, mit wie viel Euro bewerten wir die ganze Geschichte denn und was haben wir da rausgenommen aus unserem Lager und wann haben wir es rausgenommen, ja? Und dafür gibt es diese, ja, Bewertungsverfahren, sage ich mal, ja, oder Auslagerungsverfahren, diese drei Stück, ja? Und diese drei braucht ihr auch wirklich normalerweise nur für die Prüfungen, ja? Ja, das wird mal abgefragt, es gibt noch andere Verfahren, die werden nicht abgefragt, also diese drei Verfahren solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, ne? Das sind prüfungsrelevante Geschichten und in den letzten Prüfungen kam auch tatsächlich hier solch ein Bewertungsverfahren auch in der schriftlichen Prüfung vor. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit Last in, First out. Ja, was bedeutet denn zuerst einmal Last in, First out? Ganz übersetzt, frei übersetzt heißt das, was zuletzt eingelagert wurde, wird zuerst wieder ausgelagert. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich habe euch hier unten ein kleines Beispiel mitgebracht, ja? Wir stellen uns vor, wir beziehen Rohre, ja, beispielsweise, ja, für den Baumarkt und wir kaufen Rohre ein, ja, lagern die und verkaufen die dann weiter beispielsweise an unsere Kunden. Und wir gehen davon aus, ja, wir haben im Jahr zwei Eingänge bekommen, ja, am 7.2. für 10 Euro haben wir dann eine Palette bekommen, eine gepackte Palette beispielsweise. Und für 20 Euro haben wir am 16.3. diese Palette bekommen für 20 Euro. So, und jetzt können wir uns überlegen, ja, wir haben Last in, First out, das heißt, wir haben diese beiden Paletten ja bei uns jetzt gelagert und am Ende des Jahres müssen wir werten, okay, wie viel Euro sind denn jetzt unsere Bestände wert, die jetzt im Lager stehen. Last in, First out bedeutet, was zuerst eingelagert wurde, wird also zuerst wieder ausgelagert. Das heißt, was wurde jetzt bei uns zuletzt eingelagert? Also, wir gehen davon aus, dass ja am 16.3. die Ware zuerst wieder ausgelagert wurde, ja, weil die Ware, die jetzt hier links steht, am 16.3., ja, die haben wir hier zuletzt bekommen, ja? Und laut Last in, First out bedeutet das ja, alles klar, wenn wir diese beiden Waren haben, gehen wir davon aus, ja, dass während des Jahres das hier zuerst ausgelagert worden ist, ja? Also, das wurde gekauft oder was auch immer. Das heißt, wir müssen das zuerst rausgeben. So, was steht denn am Ende des Jahres jetzt bei uns im Lager denn noch drin, ja, und was können wir überhaupt bewerten? Dann, ja, was bei uns im Lager noch drin steht, ist ganz klar, die Lieferung vom 7.2., vom 7. Februar, ja, die ist da verstaubt, ganz klar, ja? Wir haben zwei Lieferungen gehalten, wir mussten was rausgeben, ja, und das, was zuletzt reingekommen ist, ist hier auch zuerst rausgegangen, ja? Das heißt, bei uns im Lager verstaubt, sozusagen, ganz einfach gesagt, ja, die vom 7.2. Und das müssen wir buchhalterisch dann erfassen. Das heißt, das haben wir da, ja, das können wir bewerten, ja, mit den 10 Euro, die 20 Euro sind rausgegangen, ja, weil es zuerst rausgeht. Und bei uns steht dann im Prinzip die Ware vom 7.2. noch drin, die wir dann jeweils mit 10 Euro bewerten können. Könnt ihr euch auch so vorstellen, ja, wenn wir einen Fass haben und da im Prinzip was draufschmeißen, das heißt, zuerst würde ja die 7.2. würde in das Fass fallen, ja, dann die Lieferung vom 16.3. Und das, was als letztes rausgeht, ja, ich gucke in das Fass rein, hol es raus, das ist die Lieferung dann vom 16.3. Und was übrig bleibt, ist die vom 7.2., die für 10 Euro, die wir zuerst erhalten haben. So, jetzt ist es ja natürlich nicht immer so, dass wir nur zwei Lieferungen bekommen, sondern wir bekommen Eingänge, ja, wir haben Ausgänge im Jahre und wir müssen uns ein komplettes Jahr anschauen, was da gelaufen ist und am Ende schauen, was haben wir im Lager liegen, ja, am Ende des Bilanzjahres oder am Tag des Bilanzjahres und wie können wir das bewerten, wie viel Euro. Ja, dafür habe ich euch ein kleines Beispiel mitgebracht. Ich habe euch hier unterschiedliche Daten, ja, habe ich euch den Anfangsbestand mitgebracht, ja, während des Jahres haben wir Zugänge als auch Abgänge. Ich habe euch die Menge noch hingeschrieben, hier, was der Anfangsbestand ist, beziehungsweise wie hoch die Zugänge, beziehungsweise Abgänge waren. Ich habe euch einen Bezugspreis hier noch angegeben und im Prinzip wollen wir jetzt hier nach dem LIFO-Verfahren einmal diesen Bestand beziehungsweise dieses Jahr hier bewerten und schauen, was unser Endbestand ist und wie viel der am Bilanzstichtag am Ende des Jahres dann wert ist. So, ja, wie gehen wir die ganze Kiste denn jetzt an? Also, wir haben hier, wie gesagt, einen Anfangsbestand, die Zu- und Abgänge und wir brauchen erstmal den Jahresendbestand, weil wir wollen jetzt ja erstmal wissen, was ist am Ende des Geschäftsjahres bei uns im Lager, wie viel Waren haben wir dort, wie hoch ist die Menge. Ja, das Erste, was wir machen, ist natürlich dann erstmal den Endbestand berechnen. Ich habe es hier euch unten auch schon angegeben, ja, den Endbestand ist ganz einfach, wie wir den Jahresendbestand hier unten hinbekommen. Ja, da müssen wir einfach, genau, den Anfangsbestand plus die Zugänge minus die Abgänge berechnen. Ganz einfach, das wäre in diesem Fall 400 plus 200 plus 100 minus die Abgänge 160 minus 80 minus 40, was dann summa summarum bei 420 endet. Gut, das haben wir jetzt festgestellt, also das heißt, am Ende des Jahres erstmal stehen bei uns 420, ja, Waren, Güter oder Rohre in diesem Beispiel, ja, stehen bei uns im Lager rum. Jetzt gehen wir von dem Bewertungsgrundsatz des Last in First Outs aus, ja, was bedeutet das? Das heißt ja, das Letzte, was reingegangen ist, wird zuerst wieder rausgenommen. Deswegen, ja, alles, gehen wir davon aus, dass während des Jahres natürlich, ne, das, was zuletzt reingegangen ist, zuerst wieder rausging. Das heißt, ja, diese Zugänge sind natürlich dann erstmal weg, das heißt, die haben wir ja schon verkauft, ja, die wurden rausgenommen. Und wir wissen ja, also laut Last in First Out, dass hier unser Anfangsbestand beispielsweise oder auch im Jahr, ne, die ersten Zugänge, ja, die verstauben im Lager. Weil die werden nicht angerührt, die sind ganz unten, ja, stellt euch nochmal das Fass vor, die sind ganz unten, oben wird immer was draufgeknallt und wir nehmen von oben die Zugänge, also die neuesten Zugänge. Davon gehen wir einfach jetzt mal aus, dass wir das ja hier schon verbraucht haben. Jetzt geht ihr einfach hin und schaut, ja, wir brauchen hier 420 Stück am Ende. Wie bewerten wir die? Und wir gehen ja davon aus, dass diese 420 Stück, ne, hier im Anfangsbestand, beziehungsweise irgendwo bei unseren ersten Zugängen liegen, weil wir die während des Jahres meistens dann auch nicht anrühren. So, und dann gehen wir einfach hin und schauen an, okay, der Anfangsbestand, der muss ja ganz unten in diesem Fass dann liegen, ja, in unserem imaginären Fass, da haben wir 400. Und wir haben diese 400, werden mit 6 Euro bewertet. So, und ihr müsst nicht mehr als jetzt hingehen und sagen, alles klar, 420 brauche ich am Schluss, hier habe ich schon mal 400, ja, beim Anfangsbestand, den bewerte ich mit 6 Euro, also 400 mal 6 ergibt 2400, ja. Das ist also der Wert, den wir hier haben für die 400 Stück, ja, die stehen bei uns irgendwo im Lager rum. Und jetzt fehlen uns ja noch zu den 420, ja, wir haben jetzt 400 bewertet, coole Sache vom Anfangsbestand und es fehlen uns noch 20 Stück, ja, 20, weiß ich nicht, Rohre. Jetzt gehen wir hier weiter, ja, die haben wir jetzt drin. So, der nächste Zugang, beziehungsweise das, was auch noch ganz unten, ja, in unserem imaginären Fass liegt, ja, das ist natürlich einer der ersten Zugänge, den haben wir hier am 3.3. gehabt. Cool, waren 200, das heißt, 20 müssen wir ja noch bewerten, ja, zu 8 Euro jeweils, das heißt, zu den 400 kommen noch die 20 Stück hier hinzu, die bewerten wir mit 8 Euro. Also 20 mal 8 ergibt 160 Euro. Ja, und jetzt müssen wir einfach nur noch gucken, unser Endbestand, den sollten wir jetzt hier bewerten, ja, wir haben jetzt hier oben unsere Bewertung gemacht, das heißt, die 2400 aus dem Anfangsbestand plus die 160 ergibt insgesamt 2560 Euro. Und wenn wir uns den Bezugspreis hier jetzt noch kalkuliert, ja, dann rechnen wir die 2560 Euro durch die 420 Stück, ja, die wir da am Schluss haben und wir kommen auf einen Durchschnittspreis von 6,10 Euro. Okay, das zu LIFO. Wir gehen einmal weiter zu First in, First out, unserer zweiten Methode. First in, First out ist eigentlich genau das Gegenstück zu Last in, First out, ja. Also First in, First out bedeutet erstmal, was zuerst eingelagert wurde, wird zuerst wieder ausgelagert. Ja, was bedeutet das? Ich habe hier unten euch auch was mitgebracht, jetzt haben wir keine Rohre, sondern wir gehen davon aus, dass wir Sand haben. Und, ja, wir haben wieder in einem Jahr, wir die gleichen Zeitpunkte, ja, zwei, ja, zwei Sendungen bekommen am 7.2. und am 16.3. Und, genau, wurden die eingelagert und wir verkaufen die ganzen Sachen wieder, ja, oder geben die weiter. Und jetzt müssen wir ja nach dem First in, First out Verfahren dann bewerten. Das heißt, wir schauen uns unsere zwei Sendungen an, die wir eingelagert haben übers Jahr. Einmal wieder für 20 Euro am 16.3. und für 10 Euro am 7.2., sage ich jetzt mal. Und, genau, First in, First out bedeutet, was zuerst eingelagert wurde, geht diesmal wieder raus. Das heißt, wir schauen uns an, was wurde denn hier zuerst eingelagert. Aha, der 7.2. wurde zuerst eingelagert. Der 7.2., das, was zuerst eingelagert wird, geht zuerst wieder raus. Und am Ende des Jahres bedeutet, ja, gehen wir davon aus, das, was ausgelagert worden ist, ist dann ja, ja, im Prinzip der 7.2., weil das haben wir zuerst eingelagert. Und das, was am Ende des Jahres noch da stehen würde, ja, beispielsweise wäre dann am 16.3. unsere Lieferung für 20 Euro. Und die würde am Ende im Lager noch stehen, ja, davon würden wir ausgehen, weil der 7.2. ja wahrscheinlich dann schon weggenommen worden ist. Wir würden sagen, der 16.3., die Lieferung würde noch drinstehen und die würde dann, ja, für 20 Euro bewertet werden. Das Ganze ist steuerlich nicht zulässig, ja, da ist das LIFO-Verfahren zulässig, nicht das First-in-First-out-Verfahren, das nur am Rande erwähnt. Und wir wollen uns natürlich auch noch anschauen, wie das in der Beispielaufgabe aussehen würde, wenn wir nicht nur zwei Zugänge sozusagen uns anschauen würden und das First-in-First-out-Verfahren dort anwenden würden, sondern wir schauen uns natürlich auch hier an, bei einer ähnlichen Aufgabe, bei einer gleichen Aufgabe, wie wir die ganze Geschichte hier anpacken würden. Ja, denn hier machen wir eigentlich nichts Großartiges anderes als, wie gerade eben, nur, dass wir eigentlich genau das Gegenteil machen, ja, und wir müssen anders denken. Das heißt, hier ja auch, wir haben es eben schon gemacht, wir haben den Endbestand berechnet hier unten, ja, mit unserem Endbestand plus Minus, also Allgangsbestand plus Zugänge minus Abgänge, ja, das können wir soweit stehen lassen, die 420 und jetzt müssen wir wieder hingehen und sagen, okay, was bedeutet FIFO denn jetzt eigentlich? FIFO bedeutet ja, die ersten Zugänge verlassen ja auch zuerst das Lager. Davon geben wir aus, ja, dass beispielsweise hier in diesem Beispiel zuerst der Anfangsbestand und die ersten Zugänge ja schon weg sind am Jahresende, ja. Das heißt, wir müssen das Feld von hinten aufrollen. Das heißt, wir haben ja wahrscheinlich die Zugänge im Lager liegen, die als letztes gekommen sind, weil wir ja jetzt diesmal, stellen wir wieder unser Fass vor, von unten wegnehmen, ja. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein Silo, ja, das können wir im LIFO-Prinzip immer machen, ein Silo. Das heißt, wir lagern immer mehr Sand hier rein, ja, hier unten ist der erste Sand, der reingekommen ist und der geht ja auch als erstes wieder raus. Und so machen wir es ja auch, ja, in diesem Beispiel. Nur, wir haben wahrscheinlich, oder wir haben ja das Problem, ja, die ersten Sachen sind ja schon rausgegangen, ja, das sind die ersten Eingänge und, ähm, also die von oben reingeschüttet worden sind, ja, und die verlassen ja dann zuerst das Silo beispielsweise und wir haben ja am Schluss eigentlich nur noch den Rest im Silo liegen, den wir bewerten können, der im Prinzip hier als letztes draufgekommen ist. So, und anders machen wir es ja auch nicht, ja, das heißt, wir gehen davon aus, ja, hier haben wir schon alles, das ist schon vielleicht weg, ja, und müssen hinten anfangen. Ja, die Abgänge interessieren uns hier auch erstmal nicht, sondern wir schauen uns den letzten Zugang an und dann machen wir im Prinzip genau dasselbe, das heißt, wir haben wieder eine Menge von 420 als Endbestand, die müssen wir uns jetzt zusammen burscheln, gehen also diesmal genau andersrum beim First In, First Out. Wir gucken uns den, äh, letzten Zugang an, davon haben wir einen 100, ja, der mit 4 Euro bewertet ist oder gekauft haben. Das heißt, hier machen wir nichts anderes, ja, 100 mal 4 Euro sind dann 400 Euro, wunderbar. Jetzt haben wir hier schon von den 420, haben wir hier schon 100 Stück. Das heißt, wir schauen uns jetzt den nächsten Zugang an, ja, der nächste Zugang ist dann hier die 200, ja, ich unterstreiche es hier auch nochmal gerne rot, habe ich ganz vergessen, so, sorry, ja, die 200 schauen wir uns auch an. So, 200, ja, wir sind noch nicht bei 420, also können wir diese 200 auch schon nehmen, ja, für 8 Euro haben wir die bezogen, das heißt, wir gucken uns an, 200 mal 8 sind 1600 Euro. So, cool, jetzt haben wir hier schon die 200, wir haben die 100, das heißt, 120 Stück fehlen noch zu unserem Glück, ja, zu den 420. Die sehen wir hier oben, ja, Anfangsbestand, ähm, davon können wir noch 120 nehmen, das ist kein Problem, das heißt, ja, wenn wir die 120 davon abziehen, 280 sind schon rausgegangen anscheinend, so, die 120 haben wir jetzt hier schon drin, das heißt, 120, ja, mal 6 berechnen, bedeutet, aus der ganzen Kiste kommt 720 raus und wir machen dasselbe wie eben, ja, wir ziehen die 720, die 1600 und die 400 zusammen, ja, da kommt insgesamt 2720 Euro raus, das gleiche können wir dann auch nochmal durch die 420 teilen, um unseren Durchschnittspreis von 6,48 Euro pro Ware, pro Stück, pro, ja, Kilo, was auch immer, zu bekommen. So, so, nachdem wir das Feld hier buchstäblich von hinten aufgerollt haben, schauen wir uns die letzte Methode noch an, beziehungsweise das letzte Prinzip, das ist das Highest-in-First-out-Prinzip, ja, das noch wichtig für euch ist. Ja, was heißt Highest-in-First-out? Highest-in-First-out bedeutet, die Artikel mit dem höchsten Wert werden zuerst ausgelagert, ja, schaut unten nochmal auf das Beispiel, ja, da haben wir wieder auch vom 16.03., vom 17.02. die Lieferung, ja, was geht da zuerst raus bei Highest-in-First-out? Ja, natürlich wird dann zuerst das höchst, ja, höchstpreisigere, die höchstpreisigere Lieferung genommen, beziehungsweise das höchstpreisigere, ja, Rohr im Prinzip, ja, hier, das heißt, das gehen wir von aus, dass das zuerst ausgelagert wird und am Ende des Geschäftsjahres oder am Bilanzlichttag wird dann wahrscheinlich nur noch der 7.02. hier vorne sein, ja, weil der nicht angerührt worden ist, weil er einen niedrigen Preis hat und wir können dann am Schluss des Jahres eventuell mit dem 7.02. hier dann buchhalterisch das Ganze erfassen und bewerten, weil die 20 Euro, ja, die gehen zuerst raus und verlassen das Lager. Ja, wie sieht die ganze Geschichte jetzt wieder in der Aufgabe aus? Ich habe die gleichen Werte wieder genommen, ja, ihr kennt die Tabelle, die schauen wir uns jetzt mal an und wir gehen ja jetzt davon aus, ja, die höchsten Werte, ja, also die höchsten Bezugspreise hier, die werden ja wahrscheinlich schon weggegangen sein, ja, wie hier, ja, das ist ja weggegangen und was wird am Ende des Jahres dann noch übrig bleiben, damit wir diese 420 Stück bewerten können. So, wir gehen davon aus, ja, die höchsten sind weg, ja, wir können ja sagen, okay, 8 Euro, die werden wahrscheinlich schon weg sein und wir schauen uns an den niedrigsten Preis zuerst mal und wir rechnen vom niedrigsten Preis dann wieder hoch, um diese 420 Euro zu erreichen. Das heißt, die 4 Euro, die werden ja wahrscheinlich ganz unten dann liegen, ja, die werden ja erstmal nicht angerührt, bevor die ganzen anderen teuren Waren das Lager verlassen haben. Das heißt, coole Sache, bei den 4 Euro fangen wir an, davon haben wir 100 Stück, die bewerten wir wieder, rechnen mal und bekommen hier bei 100 mal 4 die 400 raus. Cool, jetzt haben wir 100 Stunden bekommen und uns fehlen jetzt noch 300 Stück, um wieder auf die 420 zu kommen. Ja, dann schauen wir hin, okay, die 8 Euro, die fliegen wahrscheinlich erstmal raus, ja, das heißt, beim zweiten niedrigsten würden wir jetzt hingehen, die 6 Euro. Coole Sache, haben wir 400 von, ich hatte gerade ja noch gesagt, 320 fehlen uns, die können wir uns hier wunderbar rausnehmen, ja, zu 6 Euro und berechnen dann die 320 Euro mal 6, was 1920 ergibt, ja, und diese 1920 addieren wir mit den 400, sodass wir am Schluss von einem Endbestand bei diesen 420, ja, die ganze Geschichte mit 2320 Euro bewerten können. Auch hier gilt wieder, wir können hier wieder durch 420 rechnen, ja, und bekommen dann im Endeffekt die 5,52 Euro pro Stück raus, die wir dann am Schluss bewerten, beziehungsweise die, die im Schnitt gekostet haben. Gut, damit sind wir auch wieder durch, ich hoffe, es hat euch gefallen, ja, dass ihr da mal schaut, wie man sowas berechnet, beziehungsweise wie die Prozesse der einzelnen Prinzipien sind. Und ansonsten viel Spaß damit, wer es braucht, und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut!